Hochwertige, perfekt ausgeleuchtete Fotografien für Prospekte, Ebay-Verkäufe und Co. schießen Sie mit dem Mini-Foto-Bundle von Somicon. Das Set besteht aus einem Mini-Teleskop-Stativ, zwei handlichen Fotolampen und einem Foto-Zelt. Das leichte Stativ begleitet Sie überall hin. Für einen stabilen Stand schrauben Sie einfach Ihre Kamera mit Stativgewinde darauf. Die beiden Lampen mit 50 Watt Halogenreflektor sorgen für optimale Lichtverhältnisse beim Fotografieren. Der Leuchtkörper lässt sich um 180 Grad schwenken. Das Foto-Zelt mit Wänden aus weißem Nylon ist lichtdurchlässig. Im Innern des Würfels entsteht ein besonders weiches und fotofreundliches Licht. Für einen kantenfreien Bildhintergrund sorgt eine Stoffbahn, die Sie per Klettband optimal fixieren können. Die Objekte werfen im Fotowürfel kaum Schatten. Farbverfälschungen sind nahezu ausgeschlossen. Bessere Bildqualität, schnelleres Bearbeiten. Der Kauf dieses Fotostudio-Bundles zahlt sich garantiert mehrfach aus. Greifen Sie zu!